Den Zeitgeist lass getrost geschehen und die Erkenntnis in dir reifen. Du brauchst nicht mit der Zeit zu gehen, nur ist es klug, sie zu begreifen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.